Barbar, vor Gott, unseren Familien und unseren Freunden, nehme ich dich an als meine Frau. Ich will an deiner Seite stehen, an deinen guten und auch an deinen schlechten Beinen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020